Nöge Bärn, ich bin noch ein Stück bei Story Seasons of Honor for Life. Und manchmal habe ich das Gefühl, ja, ja, ja. Ich habe manchmal auch viele Gefühle. Keiner kümmert sich, aber ja, ich will nichts hören. Was ist das? Dann haben wir nichts mal ausgestreut, das passt. Du hast das hier gedüngt. Das haben wir eingepflanzt, das muss dann noch raus später. Gut, 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 gut. Gut, Chicas müssen wir noch schauen, ne? Das ist der erste Tag im Winter, also noch relevant. Dann noch eins. Schläft auch, ne, schläft auch nochmal gerade. Hallo. Bitte schön. Aber die schläft. Das ist nicht schön, wenn sie schlafen und eilgelegt haben. Einfach toll. So, verzieh dich. Perfekt. Ja. Nachher merkt. Ach, was ist hier in die Brummene Knoll? Da sind wir uns nicht weiter, sondern kümmern. Ähm, 3, 3, 3, 6, 7, das passt. Er war doch auch schon bereit. Und Abflug. Was hat man noch zu tun wollte? Ach so, was gibt's noch neue Aufgaben? Seltene Kreuzung. Ich bin gerade beschäftigt. Ach ja, und das wird im Grab reichen, egal wie ich mich immer noch mit machen, wo es im 2. Jahr geht. Und wo haben wir noch ein paar Tonnen gerufen sind, nochmal nachher. Äh. Äh. Hallo, tschüss! Äh, äh, hallo! Meine Damen und Herren, der Taggur gesagt hat, dass man viel bei Erkennung und viel gesundes Essen essen und viel schlafen soll. Aha, und ich habe stolz mit einem Sparta-Züchere gelaufen, als hätte dich jemand verfolgt. Damit du sowohl eine Tomate oder so verkaufst. Genau! Meine gute Glocke haben Spaß, oh, Marsch. Äh, reicht das etwa nicht? Du hast sogar viel gespart, dass ich dir meine besten Tomaten verkaufen kann. Steck die ganze Dose... Oh, lol, was für eine Bitch! Na, bitteschön. Dann werden wir mal hoffen, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt. Na, bitteschön mal, woran geht! Tausend Dank, Herr Absacker! Sau! Das Medikurspiel fällt mal drauf, ne? Oh, shit, der hat mich erwischt! Hörschi, nicht zu sehen, Gott halt! Tut meine hier, Baki hat darauf bestanden, sie mir zu geben. Als ich mir nach dem Grund erkundigt habe, sagt er nur, du musst was essen und dich gut ausruhen. Bei dem Morgen habe ich das einfach nicht aus dem Hals bekommen und hatte einen kräftigen Hustenanfall. Baki muss gesagt haben, dass ich mir eine Erklärung geholt habe. Daran abgesehen, hat er es nur geschafft, diese Tomate zu finden. Hast du da irgendeine Idee? Ah, okay, erzähl dir die Geschichte. Baki? Haben wir das mit Sparschwein im Inventar? Schade. Pfeifele! Okay. Ein bisschen machen wir so viel gemütlich, wie unser Baki nur zulässt. Naja, das ist auch wieder. So, wir müssen nämlich ein paar Sachen kaufen, kreuzen und mischen, äh, bezüglich dieser Aktion von seltener Kräuter Mischung. Äh, sie verkauft wieder nichts. Ich muss gerne mal nachschauen, welche das waren. Äh, ja, möchte ich oder ich bin gleich wieder da. Sekunde bitte. So, wir werden jetzt folgendes machen. Wir werden Tomatensamen kaufen. Mal, fünf Stück. Äh, ja, warte, es waren Kartoffeln und Melonen und Wassermelonen, genau. Äh, noch nicht. Kartoffeln, auch fünf Stück. Ja. Noch nicht. Seltene Kreuzung, ey. Junge, Junge, was für ein Scheiß. Äh, noch gut. Ich hab jetzt noch so durch. Noch nicht. Und... Oh, der Maus hab' ich gekauft. Ja, war dumm. Melone fehlt noch, okay. Äh, ja. Äh, Melone. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ja. Jetzt bin ich fertig. Äh, ja. Äh, Melone. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ja. Jetzt bin ich fertig. Topf. Ja, okay. Müssen wir da noch machen. Ein Fischleintopf. Dichterhain. Da ist der Winnie, Grandmaster. Winnie, Meloni. So. Hallo. als ich auf einer stange meine fresse der kartoffel wach ja ich nicht geworden ist aber manchmal auch viel schlagen man was seine verschwendung Jetzt ist es geworden. Ja, das gleiche noch mal. Ja, und zwar jetzt. Was haben wir noch nicht? Das. Perfekt. Doch, ist es. Ja. Ich mache deswegen zwei müssen die zwei Kreuze und jetzt noch mal Kreuz, dass eine seltene rauskommt. Ja. Ich hoffe, es geht auf Anhieb. Tada. Ich meine, es ist ein Armburgi. Äh, es sieht aus wie eine Oberschiene. Schreibt man das so, bevor ich es in den Chat schreibe. Passt aber noch rein. Oberschiene halt. Ich weiß nicht mehr. Äh, ja, bitte. Ob ich geht es dir auf Anhieb jetzt, wo wir uns Kreuz hatten schon. Und ich weiß möchte das nur noch mal Dramatische. Äh, du bist da. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. bin ich gerade scheiße drauf oder was vollidiot ja die scheiß kreuzer das kostet geld sehr viel geld sie noch da perfekt da glaube ich ja noch nicht 10 ja noch nicht aber zwei mein herrn ist überschienen sagen daraus bekommen Scheiß gemischt die grünen marte Ach fertig fertig schnell an ihm vorbei So wenig du pfuscher Das und das Alter verarscht mich doch nicht du Panner Keine 3 vorgebrachte müssen es machen mal dass Okay, ja Das kann man an der kombi Ja, gerade noch mal, ich glaube, es ist die Reihenfolge, macht es aus Ja Machen wir das mit dem Ne, das reicht schon Selten die Kreuzung Junge 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 die Oberschen Eigentlich aber es ging ja nicht anders Okay, sind alle zuhause Sie scheint es so etwas hingehört, eine Küche Hat er nicht gedacht So Ja ich muss mich dazu beschäftigen eine ehrliche arbeit nachzugehen machen wir wieder stress aber wenn ich mir eine arbeit suchen muss dann nicht irgendeine muss schon was cooles sein die fans besitzer auftrag was was ist wartet mal wenn es kräftig kreuzung ist was ist es dann so weit ist echt übel ein gräziger aus bäumen ja das ist klar wir bauen auf reisen einmal gerichte aus einer ganz seltenen pflanze gegessen angebot ich gucke mal kurz was er könnte gut und dazu nichts seltene kreuzung das könnte jetzt von der aufgabe also ich guck mal eine andere ruhe danach will es nachschauen wenn ich aufnehmen einrichtung bestelle verarbeitung verarbeitung ach doch schon 50 denkfeder ok brauche noch 30k kurz sodele fischeintopf fischeintopf warte nein warte nein mach ein paar mehr auch drei stück ja ja seltene kreuzungen bei wenig kann man ja alles durchmisch aber henne ist schon alles gemacht warte mal wieder naja schon wieder weg habe ich schon abgegeben ja tippe hof morgen strompreise von 19 bis 20 uhr 78 cent jungen 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 j Ich habe keine Samen mehr dafür. Okay, halt, die kann man mitnehmen. Da muss ich schon mal fleißig grinden gehen. Äh, Hauptbahnkuppe anpflanzen im Wegenzug. Ah, shit. Ah, okay, müssen wir nicht ändern, aber diese würde ich es noch kurz vorhaben, ne? Okay, brauchen wir auch nichts, sehr schön. Gut, dann kommen wir da wieder zurück. Dann wieder einlagern erstmal, was wir nochmal brauchen für die Jahreszeit. Äh, oder was wir brauchen, hier noch irgendwas sehen. Kannst durchsortieren bitte, danke. Frühling bis Herbst, die sind ja auch nochmal. Die sind noch aktiv. Genau wie die Karotten, die gehen auch noch im Binder. Wächst aber ja langsam. Ja, wir haben noch ein paar Zeilen, wo es nur da passt es so. Süß Rübe, ja, den müssen wir verarbeiten. Was hält ihr in die Kreuze? Hat die vom Samen gesprochen oder von der Pflanze? Ohhhh, ich glaube ich habe es verstanden. Die wollen keinen Samen haben, die wollen die Pflanze haben. Warte mal. Das war schon eine Rüberschiene. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie getunt werder. Das war das, ne? Ja. Hä? ganze haben die kreuzung warte mal können wir die noch weiter wasser die hochsam ich guck mal kurz nach wir jetzt nicht so sauer okay die macht nur die qualität höher die machte boden unabhängig was aber relevantes haben wir da verklebt die pflanze haben einen tag ich habe das zwei felder frei glaube ich perfekt Ja, jetzt ist ein bisschen verschobener Tag, macht mir nichts, das ist normal. Muss auch mal sein. Oh, da fehlt eins. Mitnehmen. Ich muss ein bisschen jünger herstellen. Ich will nur gucken. Zweimal täglich. Ja, sieht gut aus. Doch, nein, sollte nicht rauskommen, weil da hat er eins gelegt. Und dann wird's komisch. Dann wird's echt komisch. Erkennt also 99. Rödel, 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 fertig. Machen wir so noch so. Ja, eigentlich nicht. Nur so zwischen 19 und 20, 21 Uhr. Da muss ein brutal hoher Strombedarf sein. Abends machen wir noch irgendwas. Ich will nicht seltene Kreuzung. Und seltene Pflanzen natürlich. Der will einen Fisch eintopft, der Vogel. Ach, er ist schon mal geräubereit. Ist ja geil. Frühes melken lohnt sich. So. Mal schon mal draußen. Sündungsklärpumpen. Na, Sieander. Sehr schön. Habe ich auch aufgepasst. Eigentlich müsste ja schon ziemlich ungelb werden, ne? Weil ist schon Winterzeit. Und Herbie macht sich auf den Knödel bereit. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, ich bin nicht auch gleich noch. Vielleicht nur ein Schraub. Ist egal. So. Auf was geht. So. Hubschrauber. So. Hubschrauber. Hubschrauber. So. Äh. Hier können wir noch ein paar verkaufen. Machen wir 35 Stück. So. Ah. Guten Zehner. Statt. Ah. Eigentlich ja nicht. So. Dann müssen wir verarbeitet werden erstmal. Dann können wir nochmal nachschauen. Und wo wir noch Winterfrüchte finden. Da haben wir noch gar keine abgepasst. Winterblüchchen sind schon mal nicht da. Finde ich schade. Ah doch hier. Perfekt. Äh. Ja. Da gibt es auch so ein Wettrennen mit Nina und der Schildkröte. Aber irgendwie scheinbar das blöd gewesen ist. So in die Events zu triggern. Ich sage mal den Grab geht nur im ersten Jahr. Eigentlich. Oh. Im zweiten Jahr nach dem Nina gestorben ist. Und dann müssen wir gleich da hingehen. Wir waren dort. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich muss nachschauen. Aber das Event hat es nicht getriggert. Da scheint es irgendwie über die Portierung Probleme gegeben zu haben. Manche Archive müssen es nicht kriegen. Das Problem ist. Ja. Man müsste jetzt nochmal spielen. Ich wünsche mir bis jetzt zwei Jahre ein bisschen jener Störbungsarchivement haben möchte. Hä? Achso. Klar. Ich wechsle noch Winter. Voll Idiot. Garm Winter. Äh. 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 Da warten wir hin. Wir müssen nicht über die Brücke gehen. Äh. Wobei vielleicht doch auf seiner Seite. Schauen wir mal was da oben ist. Da habe... Nein. Stehen Mokumoku. Ich auch wieder da. Was ist soweit? Äh. Wenn wir herausfinden, ob die Göttin endlich zur Quelle kommt. Wenn ihr alles gefällt, was wir gemacht haben, muss sie einfach auftauchen. Aber was wenn nicht? Oh nein. Stimmt. Der erste Tag im Winter. Pan. Paka. Pan. Ist das die Göttin? Sieht mal an. Ihr habt sehr viele Wunder für mich gesagt. Tausend Dank. Die Göttin... Sie ist... Die Göttin. Sie ist da. Juhu. Wenn ich doch... Bleiben könnte. Aber ich bin eine vielbeschäftigte Göttin. Und andere Länder verlangen nach meiner Aufmerksamkeit. Tut mir leid. Das versteht... Das versteht ihr bestimmt. Wenn es wieder gut war, bitte ich die anderen Göttin vergessenen Teil ihren Segen zu spenden. Die Schulden wären noch den einen oder anderen gefallen. Also, Denzo. Weil zu gut. Bitte gebt da draußen wieder euer bestes Schüßling. Tschüssing. Das werden wir. Okay. Okay. Kami. Hami. Tja. Wir müssen eben einfach weitermachen. Ja. Auf gehts. Los Team. Okay. Ich schätze die wenigstens von. Da permitted sie es. Okay, ich sehe... Ah, ne? Ich wäre es nichtέłości. What the hell... Swizz dessus. Oder was was? Nice. Tja. das luder wakasaki den magi wir sind vom fang club knallt in den pilz rein warum auch nicht easy trage einfach mal wieder auf dem mario für sich tarte ok könnte es sein dass jetzt auch so offen ist an bestimmten tagen wenn schneider das ist auch gern mal bleiben aber es war dann vielleicht am nächsten tag vielleicht kommen wir ja dann auch irgendwo da rein ja ja ja